Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Bevor es hier so richtig losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Du gehörst zu den 13% der Deutschen, die regelmäßig Podcasts hören. Und die Zahlen steigen rasant. Podcasts sind für mich der persönlichste Weg, wertvolle Inhalte zu transportieren und damit Unternehmen bzw. Marken extrem gut sichtbar zu machen. Abgesehen davon ist ein Podcast für mich der Hidden Champion im Digitalmarketing. Und ich sag dir auch warum. Im Zeitalter der Digitalisierung werden wir täglich überflutet von Informationen. In der Markenkommunikation suchen wir deshalb nach Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit unserer Zielgruppe zu gewinnen. Mit einem Podcast platzieren wir wertvolle Inhalte also in die Zeitfenster, in denen kein Bildschirm genutzt werden kann. Zum Beispiel beim Autofahren, Rasenmähen oder beim Sport. Und eine professionelle Podcastproduktion ist wesentlich ressourcenschonender als andere Marketingaktivitäten. Meine Empfehlung, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, einen eigenen Podcast in deine Kommunikationsstrategie zu integrieren. Wir haben das sehr erfolgreich mit dem Markenrebell Podcast vorgemacht und ich helfe dir gerne dabei, mithilfe eines Podcasts die Bekanntheit und Wahrnehmung deines Unternehmens, deiner Marke im Markt deutlich zu erhöhen, um deine Produkte und Dienstleistungen besser zu verkaufen. Wenn dich das Thema interessiert, dann schau auf unserer Website www.markenrebell.de vorbei und buche gleich einen kostenfreien Termin, damit wir darüber sprechen können. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen ihr Lieben zu einer brandneuen Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Glaser und ich helfe mit meinem Experten-Team Unternehmenschefs in Fragen der Markenführung und Digitalisierung. Heute eine Q&A-Folge. Freue ich mich riesig, denn ihr wart total fleißig. Ihr habt mir nämlich eure Voice-Messages geschickt mit euren Fragen. Und für alle die unter euch, die das noch nicht kennen, werdet Teil unserer Messenger-Community in deinem Lieblings-Messenger, WhatsApp, Facebook, Telegram und so weiter. Alles möglich. Loggt euch dafür einfach auf markenrebell.de ein. Direkt auf der Startseite könnt ihr euch kostenfrei registrieren für diesen Service. Und wir liefern euch in euren Messenger die aktuellen Podcast-Folgen, Insights des Markenrebell-Teams und, was machen wir noch, exklusive Inhalte natürlich. Also wertvollen Stuff, ob das jetzt Ratgeber sind. Wir hatten letztens eine Buchverlosung meines Buches Digitale Brandstiftung. Also, wenn ihr Lust habt, kommt dazu. Es ist kostenfrei und ihr könnt mitmachen. Es ist euer Podcast. Ihr könnt ihn mitgestalten. Und das hat zum Beispiel Jan gemacht. Jan hat uns eine Audionachricht geschickt mit seiner Frage. Und die spielen wir jetzt einfach mal ein. Hallo, lieber Norman. Und danke für die Gelegenheit, wie auch für deinen wunderschönen Podcast. Ich habe die Frage, die sich um deinen Stil dreht. Nämlich, wie schaffst du es, so positiv und konstruktiv zu bleiben und sein? Daran angeknüpft, wer sind deine Vorbilder und Idole? Ich freue mich auf deine Antwort. Ja, herzlichen Dank, Jan, für deine Frage, auf die ich natürlich gerne antworten möchte. Vielleicht so aus meiner Perspektive, um kreativ zu sein, glaube ich ganz fest daran, dass es ein stabiles Umfeld braucht. Und das fängt im Privaten an. Das ist die Partnerschaft, die Familie, die Freunde. All das gibt einem natürlich Halt. Und ich glaube, dass dieser Halt enorm wichtig ist, um kreativ zu sein, um auch geschäftlich erfolgreich zu sein. Ich glaube, das hängt sehr, sehr stark damit zusammen. Wenn ich mich glücklich fühle, habe ich einen ganz anderen Antrieb. Wenn ich Stabilität habe, Halt habe durch mein Umfeld, mein persönliches, privates Umfeld, dann kann ich das natürlich auch widerspiegeln. Ein schönes Beispiel, wenn mal so ein Tag wirklich scheiße anfängt, ja, und solche Tage gibt es in jedem Leben von jedem von uns, dann, und wir kommen dann so geschäftlich in ein Meeting rein. Und wir sind dann auch noch Unternehmensinhaber. Und das projiziert sich so auf die Crew, ja. Dann ist das immer ziemlich schwierig, da natürlich irgendwie gute Miene zu bösem Spiel zu machen irgendwie. Ja, also, dass man dann in irgendwie so ein Meeting reinkommt und man ist eigentlich schlecht drauf, aber will die Crew nicht runterziehen und dann trifft man vielleicht auch noch falsche Entscheidungen an diesem Tag. Also, diesen Tag kann man dann einfach auch in die Tonne kloppen, ja. Also, das ist dann irgendwie auch so, kennt jeder, aber ich glaube, und das will ich eigentlich damit sagen, dass je stabiler und je glücklicher man sich auch privat fühlt, desto mehr trägst du das natürlich auch in dein Unternehmen, in dein Team und natürlich am Ende auch in die Projekte, ja. Also, ich bilde mir ein, da könnt ihr mich gern korrigieren oder mir mal ein Feedback geben, dass man auch in den Podcast-Folgen durchaus hört, wie geht es dem eigentlich. Ob das jetzt auch meinen Interviewgästen geht, ob das jetzt mir geht in meinen Soloshows. Also, ich denke schon, dass man das raushören kann. Das kann man, glaube ich, nicht überspielen, weil das irgendwie so ein intuitives Feeling ist, was man dann hat, wenn man jemandem begegnet, dem es wirklich richtig gut geht oder dem es so richtig schlecht geht. Also, ich glaube, das Umfeld ist ein ganz wesentlicher Punkt. Auch die Kreativität des Umfelds selber, also man sagt ja so, die fünf Leute, die dich so umgeben, die werden dich weiterbringen. Die haben unmittelbaren Einfluss auf deine Persönlichkeit und ich glaube, wenn du kreativ sein willst und ein Umfeld hast, was nicht kreativ ist, dann ist es natürlich schwierig. Also, mein Tipp ist, sich in ein Umfeld zu begeben, was kreativ ist und wo man dann auch Spaß hat, mit kreativen Menschen zu arbeiten. Das, denke ich, ist ein ganz großer Hebel genau auszuwählen und zu sagen, wo will ich denn eigentlich hin? Genau das Gleiche im Unternehmertum. Also, wenn ich ein erfolgreicher Unternehmer sein möchte, muss ich mich halt mit erfolgreichen Unternehmern umgeben. Also, ganz einfacher Mechanismus und so ist das mit Kreativität eben auch oder auch konstruktiven Arbeiten oder konstruktiven Ideen. Weil, wenn ich ein konstruktives Umfeld habe, dann fällt es mir natürlich sehr einfach, in der Reflexion und auch in der Resonanz mit diesem Umfeld selber konstruktiv zu sein. Also, das hilft mir persönlich super viel. Was für mich auch so ein wichtiger Punkt ist, und das hat ja auch der Jan gefragt, Thema Vorbilder oder Idole. Also, es gibt jetzt nicht die eine Person, wo ich sage, oh, das ist mein Fokus, da, weiß ich nicht, der will ich nacheifern. Sondern ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch, der mir begegnet, für mich ein Geschenk darstellt. Und das sind auch durchaus Menschen, mit denen man eher negative Erlebnisse hat. Es erschließt sich nicht sofort, unmittelbar, aber oftmals im Nachgang, in der Review, dass man einfach nochmal das ganze Review passieren lässt und sagt, okay, warum ist mir dieser Mensch begegnet und warum ist der heute so wertvoll für mich oder das Erlebnis so wertvoll für mich. Also, positiv wie negativ kann man sich hier für sich ganz persönlich immer etwas von anderen Menschen rausnehmen oder abschauen oder in die eigene Reflexion gehen. Das finde ich viel wertvoller, als sich so auf eine Person zu versteifen. Ich finde eh, dass der Fokus mehr so auf einen selbst liegen müsste. Warum? Weil ich es besser finde, zu sagen, okay, ich war gestern hier und bin morgen ein Level weiter. Also, sich selbst zu leveln und wirklich das Umfeld zu nutzen und zu sagen, was kann ich lernen von den Leuten, die mich umgeben? Wie kann ich mich mit Menschen umgeben, die mich weiterbringen? Was kann ich von denen lernen? Als eine Person zu haben, wo man sagt, wow, das ist mein Vorbild, an dem eifere ich nach und diesem Vorbild möchte ich entsprechen. Dann ist es eher ein Vergleichen und ich finde, da ist die Gefahr. Wenn ich mich mit anderen Menschen vergleiche, dann komme ich oftmals nicht in die Umsetzung. So geht es zum Beispiel vielen Leuten, die einen Podcast starten, die ein Unternehmen gründen, die zum Beispiel Content produzieren, die einfach sagen, wow, nee, ich mache keinen Podcast, da gibt es einen, der ist noch viel besser als ich. Ja, natürlich gibt es jemanden, der einen besseren Podcast macht als ich, aber was ich total spannend finde, ist, wenn ich meine erste Podcast-Folge höre und die 400. Podcast-Folge, da kann ich mich daran erfreuen, was das von unglaublicher Entwicklungssprung ist. Und das ist so, dieses eigene Wachstum auch zu beobachten und echt wahrzunehmen und ein Umfeld zu schaffen, was dieses Wachstum ermöglicht. Kann man gut vergleichen mit so einer Pflanze. Mit so einem Bonsai, so mein Lieblingsbeispiel. An einem Bonsai musst du, den musst du pflegen, an dem musst du auch mal schneiden, damit der gut wachsen kann, damit er sich gut entwickeln kann. Und er braucht ein entsprechendes Umfeld, um zu wachsen. Und ich glaube, dass der Bonsai von Haus aus sich nicht vergleicht mit anderen Bäumen, sondern dass er einfach sagt, hey, ich will wachsen und besser sein, als ich den Tag vorher war. Ich will eine bessere Podcast-Folge machen, als ich es gestern noch gemacht habe. Ich möchte irgendwie noch besser helfen, als ich es vor einer Woche gemacht habe. Ihr versteht, was ich meine. Eine kurze Unterbrechung mit einem kleinen Hinweis auf unseren Messenger-Service. Wir haben für euch die Möglichkeit geschaffen, über euren Lieblings-Messenger, wie zum Beispiel WhatsApp oder den Facebook-Messenger, von uns automatisch exklusive Inhalte zu erhalten. Neben den brandneuen Podcast-Folgen bekommt ihr auch aktuelle Studien, hilfreiche Ratgeber als PDF oder auch spannende Insights von den Markenrebellen. Darüber hinaus könnt ihr uns eure Fragen schicken, ob als Text- oder Audionachricht, die ich dann in einer der nächsten Q&A-Folgen beantworten werde. Also probiert es einfach mal aus. Dieser Service ist natürlich kostenfrei und, was mir selbst immer sehr, sehr wichtig ist, ohne Werbespam. Ihr könnt euch direkt auf der Startseite unter www.markenrebell.de für diesen Service eintragen. Und nun geht es weiter hier. Was auch für mich so ein wichtiger Game-Changer war, war die Erkenntnis, also eine bewusste Erkenntnis, jeder von uns weiß das, aber eine bewusste Erkenntnis und auch das bewusste Implementieren in das eigene Leben, in das eigene Handeln, ist dieses unmittelbare Geben. Also wirklich zu sagen, was kann ich jetzt beitragen. Ich hatte ein Erlebnis, das muss ich euch noch erzählen. Ich habe mal jemanden angefragt, ein sehr bekannter Speaker, ich nenne keine Namen, ein sehr bekannter Speaker und den habe ich weiterempfohlen. Also der hat richtig Geld mit mir verdient, durch meine Empfehlung verdient. Und ich habe ihn irgendwann mal gefragt, hey, hast du nicht mal Lust, bei mir im Podcast aufzutreten und dein Wissen, was du in deinen Speakings auf der Bühne präsentierst, dein Wissen zu teilen mit der Community des Markenrebellen. Und die Person hat gesagt, hey, was ist für mich dabei drin? Also verdiene ich Geld damit? Was habe ich davon? Und das war sehr krass. Es kam nie zu diesem Interview und es hat mich auch, ich wollte gerade sagen, es hat mich getroffen, aber jetzt rückblickend hat es mir eigentlich offenbart, dass ich mich mit dieser Person einfach nicht umgeben möchte. Das ist im Grunde einfach auch nochmal so ein Indikator dafür, wenn ihr ein Verhalten eines anderen, wenn euch das im Herzen berührt, weil ihr sagt, hey, ich habe eigentlich gedacht, ich hätte dich verstanden, ich hätte deine Themen verstanden, die du auf der Bühne präsentierst. Und jetzt zeigt sich so ein ganz anderes Bild. Ist das ein guter Indikator, so ein bisschen auf seinem Bauch zu hören? Und diese Person war eben nicht bereit zu geben. Diese Person war eben nicht bereit zu sagen, hey, klar, ich teile meine Erfahrung, mein Wissen in deinem Podcast, weil mir das einfach Freude macht, Menschen wertvolle Inhalte zu präsentieren. Also das war für mich so ein Erlebnis, wo ich mir gesagt habe, wow, da hört das Geben ziemlich schnell auf, wenn denn kein Geld fließt. Und das finde ich dann ziemlich schade, weil ich glaube, und da müsste ich jemanden zitieren, den ich aber jetzt nicht im Kopf habe, der mal gesagt hat, nur Wissen kann sich erweitern, wenn man es teilt. Oder vergrößern, wenn man es teilt. Ja, auch noch ein wichtiger Tipp, den ich euch mitgeben möchte, ich schaue hier so ein bisschen auf meine Notizen, den ich euch mitgeben möchte, oder eine kleine Inspiration wohl eher, ist, sich mit Mentoren zu umgeben. Ich hatte das hier und da auch schon mal in der Podcast-Folge erwähnt, das finde ich extrem wichtig. Und meine Mentorin ist in erster Linie erstmal meine Lebenspartnerin, die Katharina Pommer, die ich immer fragen kann und die mich nicht nur geschäftlich unterstützt, also mir zuhört, mir Ratschläge gibt, wenn ich sie darum bitte, sondern auch persönlich und privat, das ist für mich ein unwahrscheinlich wertvoller Moment, wenn man das Ganze miteinander verbinden kann. Also wenn man das auch gut trennen kann. Also sowohl das eine als auch das andere. Also Katharina ist eine Mentorin für mich. Die Kinder sind Mentorin für mich. Also die machen mir immer wieder auch bewusst, mal zurückzutreten, eher in Demut den Themen zu begegnen, auch mal wieder zu spielen. Wie wichtig ist Spielen? Wenn ich mir so überlege, wie oft spiele ich denn eigentlich am Tag? Jetzt kann man Podcasten als Spielen bezeichnen. Oder auch nicht. Also ich glaube, mal wieder zu spielen, wirklich auf die Knie- und Carrera-Bahn spielen oder irgendwie sowas. Also das sind für mich wirklich so kleine Zen-Meister, die immer wieder täglich irgendwelche Botschaften haben für mich. Aber auch einen Coach. Ich habe zum Beispiel einen Coach, der mir hilft einfach, also mir persönlich hilft. Jetzt weniger der Unternehmer-Coach, sondern eher so der persönliche Coach, wo ich meine Themen einfach auch reflektieren kann, wo ich einen Spiegel habe für mich. Also einen Menschen, dem ich vertraue, der meine Geschichte kennt und der mich im Grunde durch tolle Fragen zu meinen Antworten führt, die in mir sind. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also weniger jemand, der mir externerweise Ratschläge gibt. Also die akzeptiere ich von meiner Partnerin. Aber also ein ganz toller Coach und Mentor für mich, einfach um ja auch privat diese innere Stabilität, diese innere Sicherheit zu haben. Okay, ich hoffe, es war hier und da etwas für euch dabei. Vielen Dank nochmal, Jan, an deine Frage. War auch eine tolle, also war einfach ein schöner Moment für mich. nochmal selbst zu reflektieren und zu sagen, okay, wie sieht das eigentlich bei mir aus? Und ich würde mich total freuen, wenn ihr Lust habt zu kommentieren. Einfach in den Shownotes, gibt es unten ein Kommentarfeld, einfach eintragen und dann freue ich mich, einfach mit euch in den Austausch zu treten. In diesem Sinne schließe ich diese Q&A-Folge. Ich wünsche euch nur das Beste und bleibt rebellisch. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020